hallo und willkommen wieder mal zu einer weiteren folge titan quest all classes wir sind aktuell mit unserem drachenjäger immer noch unterwegs den hatten wir ja letztes jahr ein bisschen wie ich jetzt mit festgestellt habe durch den normalen schwierigkeitsgrad gejagt und zwar durch tartarus war aber trotzdem sehr interessant hätten wir auch auf episch machen können wollte ich ja auch auf episch machen aber das geben wir anderer meinung anyways wir machen jetzt auf legendär natürlich weiter bei unserem spiel stand wo wir waren wir hatten atlantis fertiggestellt und auch tartarus besiegt auf legendär das heißt es geht jetzt hier gerade weiter im hardes bereich was natürlich auch bedeutet dass ich gleich noch mal zurück laufen kann stückchen weil ich natürlich vergessen habe einmal natürlich die sachen hier aus dem inventar zu lehren die wir nicht brauchen so schwer ich weiß ehrlich gesagt nicht seelenzittern ist das alles ist mir ist gerade der deutsche name dafür nicht eingefallen was ich auf jeden fall brauche ist das da gib mir den overlord der fürsten im deutschen im englischen die overlord die schildkröte werden wir heute brauchen und ich kann nicht sagen ich habe jetzt schon kein bock auf toxo ist wobei wir festgestellt haben dass toxo ist scheinbar sehr anfällig aufs beutestudium reagiert also zumindest der auf episch hat das getan das heißt wir können mal schauen ob wir da eventuell das ganz gut durchbekommen so 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 Das soll ein Problem gewesen sein? Na, wenn du meinst. Okay. Sehr nice. Dann, wie immer, einmal nach drüben gehen, hier noch ein paar Froschmenschen mitnehmen. Und wir nehmen einmal auf der rechten Seite den Brunnen zum aktivieren. Und dann wollen wir doch mal ein bisschen gute Musik hören. Also jetzt noch nicht sofort, sondern dauert noch ein, zwei Minütchen. Aber dann haben wir es schon. Achja, by the way, den Gegner wie da vorne, den kann man nicht killen. Kann man theoretisch schon, aber für die meisten Schadensarten ist er unbesiegbar. Ich glaube, der Flammenring aus der Erdmeisterschaft ist eine der wenigen Sachen, die ihm überhaupt Schaden machen können. Und die Trance des Zorns. Das dürften so die einzigen Skills sein, die ihm überhaupt Schaden machen können. Okay, let's get ready for good music. Genau. Ich denke, der Flammenbruch hat einen fucking Chromstab. Den droppt er natürlich nicht. Äh, Stab des Kosmos meine ich, sorry. Also die Gegner hier sind ein bisschen besonders, weil sie das, was sie ausgerüstet haben, nicht droppen. Aber das war ein fucking Stab des Kosmos. Die Waffe, die gerade unser Elementarist auch gespielt hat. Deswegen ist es mir aufgefallen. Okay. Oh boy. Die Shorns machen hier Damage. So, einen Shorn haben wir. Das ist doch so wie Fraser. So, Fraser nehme ich noch raus. Probieren kann man es ja mal. Der hat früher auch besser auf die Monster-Lure reagiert. Hier hat er ja einen Hit drauf gemacht und ist sofort umgedreht. Schade. Schade. Wieder da. WB. Das ist jetzt natürlich ein bisschen problematisch. Oh boy. Mit dem sei der Trost der Empathie ist ja gar nichts zu spaßen. Der macht selber auch gar nicht so viel Schaden. Bitte was? Ich glaube, der wird da. So, dass der sich das geht. Und jetzt ist dieses das immer Than necklace. Jetzt ist das nicht möglich. Auch Lotus. Der hat auch immer mehr auf dem dritten seiner hp warum fällt er plötzlich einfach um etwas ein bisschen antiklimatisch am ende also das ende war ein bisschen antiklimatisch sorry aber wenn er ganz am ende einfach umfällt ich will den schon für die herausforderung aber wofür die herausforderung ich kann eigentlich mal hier die ganzen schriftrollen des urchaos bereit legen von denen werden wir wohl mal ein paar brauchen können demnächst we must light the beacon to tell merchant ships that the harbor is safe once again every time we start to light it we are swarmed with undead if you can lend a hand say so we could use your help wonder undead 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 Ich muss ein bisschen auf den Kollegen hier aufpassen, aber der hat noch HP. Die Kräuterkunde sollte da ganz gut mal Zeug machen. Okay, so viel bringt die Kräuterkunde tatsächlich nicht. Ich muss einfach schauen, dass der möglichst wenig Schaden bekommt. No shit, Sherlock, ich weiß. Aber netterweise haben wir hier eine Engstelle. Und Engstellen sind der Freund eines jeden Schützenkönig-Users. Also wenn man es verwenden dürfte. Jetzt habe ich die Agro. Nein, das war nicht knapp. Alles in Ordnung. Alles gut. Alles gut. Ich weiß genau, was ich tue. Wie die Speedrunner sagen, wenn es geklappt hat, war es nicht knapp, sondern präzise. Die Kräuterkunde schlägt für alle zu sehen. Jetzt werden wir wieder einmal ein Zentrum der Industrie und Behandlung. Ich sehe eine neue Golden Age für die gesamte Island. Alles wegen einer Heroin und einem junger Mann mit einer Torch. Okay. Man muss auch mal sagen, dass solche Leuchtfeuer in der Antike ... ... so Kosten-Nutzen-Technisch gar nicht so geil waren. Wenn man mal drüber nachdenkt. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das tatsächlich brennt, aber wenn das erstmal so einen riesigen Haufen von ... ... sagen wir mal, was dürften das sein? Also Holzscheite, Gewicht um die 300-400 Kilogramm auf jeden Fall. Wenn es ein schön großes Leuchtfeuer sein soll. Da kannst du schon mal ... ... vielleicht auch mal an die 500 Kilo ... ... je nachdem, wenn es sogar noch größer sein soll, bis zu einer Tonne ... ... an Holz verheizen. Alles klar. Das Schöne ist ja, dass wir jetzt wieder am Anfang von Hades sind und im Vergleich zu ... ... Atlantis eben auch die Difficulty wieder ein bisschen runtergegangen ist. Ich meine klar, ich krieg immer noch eine Menge Schaden rein. Aber sagen wir mal bis ... ... Turm des Gerichts, dann geht es noch mal ein bisschen hoch und dann ... ... halt der Part von ... ... vom Weltenbaum in Ragnarök oben, Yggdrasil. Und alles, was dazugehört. Gut, dass wir hier im Titan-Quest-Kontext reden. Weil wenn ich es im ... ... Kontext der nordischen Mythologie sagen würde, Yggdrasil und ... ... alles, was dazugehört, hätten wir jetzt schon ein Problem. Fällt mich da nicht so aus. Yggdrasil ist der Weltenbaum, der alle Welten miteinander verbindet. Asgard, die Welt der Götter. Unten dann Jötumheim und Glatzheim. Die Welten der Riesen. Und eben auch Midgard, was unsere Welt ist. Und dementsprechend Yggdrasil, das dazugehört, schließt ... ... so prinzipiell auch unsere Welt mit ein. Wäre ein bisschen doof. Warum habe ich für den jetzt gerade einen Jagdruf gezündet? Der war es halt echt nicht wert. So ... ... so ... was the monsters scatter and even their leaders cower before you build the walls and patrol the section of the woods now that we are not under constant attack ich sage dazu gerade mal gar nichts latin weil ich habe da so ein bisschen zu viel einen gewissen youtube kanal geschaut da habe ich gerade schon wieder sachen zusammen gestrickt im kopf das wäre nicht gut das hier loszulassen ich glaube wir können es mal kurz sagen was ich relativ hart feiere ist der kanal eisberg den hat ein youtuber den man sonst eher als den dunklen parabelritter kennt gestartet und dort macht er eben bringt er eben die komischsten und verworrensten verschwörungstheorien verschwörungsmythen aber in educational kontext das heißt erklärt einfach darüber auf was diese verschwörungsmythen denken behaupten und einfach um zu zeigen wie absolut verworren die ganze scheiße teilweise ist und ich musste ein paar dieser verschwörungstheorien die da mal aufgedeckt wurden musste ich da denken klingt interessant würde ich mir auch mal antun ich muss dazu sagen es gibt also ist eine videoserie mit mittlerweile über 20 videos und er macht die immer eher so über den winter weil der eben nicht nur youtuber ist sondern beispielsweise auch mittlerweile sein eigenes musikfestival hat was er im sommer über plant und ist eben auch verschiedene anderen festivals unterwegs deswegen hat er im sommer über nicht so viel zeit hat auch nebenbei noch eben zwei weitere kanäle glaube ich und dementsprechend macht er diese diese eisberg videos dann immer über den winter immer deswegen fängt er jetzt gerade so mit der zweiten staffel an und man muss auch dazu sagen er hat den kanal erst später ins leben gerufen das heißt von der videoserie der eisberge sind eben die ersten videos auf seinem hauptkanal das heißt wenn du dich wunderst dass da auf dem das mit der folge 9 angeht oder 10 es liegt daran dass die ersten folgen immer auf dem kanal dunkler parabelritter sind aber zum thema eisriesen und und so weiter und so fort da gibt es ein paar sehr interessante theorien da auf dem kanal die natürlich absoluter humbug sind und du kannst dich schepps lachen dabei ne du kannst halt so lange lachen bis du merkst dass es leute tatsächlich glauben dann again was auch immer die leute dazu bewegt sowas zu glauben ist schon sehr interessant und wie gesagt immer daran denken in den videos geht es genau darum dass das eben nicht der fall ist es gibt leute die tatsächlich schon sowas gesagt haben wie wenn du die ganzen wenn du auf diese ganzen verschwörungsmythen aufmerksam machst dann bringst du denen ja nur mehr anhänger und so weiter habe ich mir gedacht so leute jeder der halbwegs ein hirn im kopf hat sollte auch eigentlich wissen dass das absoluter müll sein muss was da was da gelabert wird näher naja anyways Da ein bisschen aufpassen. Noch ein Stück zurück. Ich bin mal gespannt wie viel Schaden die Nachtblume gleich macht. Die macht doch eigentlich immer so. Die ist auch ja auf der gefährlichen Seite normalerweise. Gerade weil sie shotgunnen kann. Will ich es ausprobieren wie viel Schaden die Nachtblume macht oder will ich es nicht ausprobieren? Ich glaube ich will es eigentlich gar nicht ausprobieren. Oh ja. Da waren... Nein es war gar nicht mehr so viel. Das ging sogar einigermaßen. So. Das, das. Was? Ich habe ein bisschen eine Menge mehr drin, ich habe schon das Thema. Ja. 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 Das Problem ist bei Verschwörungstheorien einfach. dass sie werden deswegen halt so populär unter Leuten weil ich glaube jeder Mensch hat irgendwie einen Hang dazu Dinge verstehen zu wollen und wir leben mittlerweile in einer Welt wo du eben nicht alles verstehen kannst ich bin ein bisschen bewandert natürlich in Informatik aber wenn du mit irgendwelchen chemischen Formeln rumkommst da kannst du mir die Story vom Pferd erzählen, ich würde es dir glauben weil ich keinen Plan davon habe beispielsweise aber trotzdem denke ich mir manchmal wäre eigentlich gar nicht so schlecht das mal ein bisschen genauer zu begreifen und das ist jetzt habe ich jetzt gerade als Beispiel für mich persönlich und die Wissenschaft genommen also verschiedene Wissenschaften aber das kann ganz verschiedene Felder haben wo eben Leute Dinge verstehen wollen manche wollen das Weltbild im Großen und Ganzen verstehen und dann kommen sie halt auf eine sehr einfache Erklärung die halt eine Verschwörungstheorie ist eigentlich eher aber mit dieser Verschwörungstheorien können sie das komplette Weltbild viel einfacher erklären auch wenn es kompletter Humbug ist das ist natürlich auch richtig für Monetarisierung ist natürlich noch ein sehr interessantes Thema wobei ich gar nicht weiß ob er direkt Werbung schaltet auf die Eisberg-Videos das weiß ich tatsächlich nicht ich weiß er hat einen Sponsor mit drinnen aber habe da jetzt direkt Werbung drauf geschalten das weiß ich nicht aber stimmt ja das ist natürlich auch eine Sache so ja das ist natürlich auch das ist natürlich absolut verwerflich also das haben wir natürlich noch also da müssen wir glaube ich nicht mal drüber reden um drauf zu kommen dass es absolut verwerflich ist und extrem bescheuert wenn da Leute gutgläubige Menschen die eben wie ich gerade gesagt habe eventuell einfach nur ein bisschen mehr verstehen wollen auf so eine Verschwörungstheorie lenken und abfahrt dann musste ich das und das kaufen das ist das ist unter aller Kanone das ist schon klar das war für mich also muss ich halt an der Stelle sagen es war für mich sowas von klar dass ich es dass es eigentlich nicht mehr erwähnenswert war für mich deswegen hat es auch gedauert bis ich drauf gekommen bin um ehrlich zu sein dass du das meinst wenn wir was positiver rät kommen bevor du dich enthalten wirst Das ist echt eine interessante Frage. Also mittlerweile, ich habe ja gemerkt, je länger ich diese Challenge hier spiele, desto mehr Ideen kriege ich für verschiedene Kombinationen und dementsprechend kommen immer mehr Kombinationen, also ich habe sozusagen immer mehrere Kategorien, wo ich meine Klassenkombinationen einteile. Erste Kategorie ist natürlich, habe ich schon gezockt, ist fertig. Haken dran. Das ist die erste Kategorie, da sind aktuell vier Stück drin. Eventuell könnte man sagen, ist der fünfte auch drin, weil ich den jetzt gerade spiele. Das heißt, da kann ich jetzt nicht mehr viel anpassen, kann ich keine andere Skilling dafür wählen. Zweite Kategorie ist das. Es würde mich nicht wundern, wenn ich dieselbe Kategorie, dieselbe Kombi eventuell noch in zwei Wegen spielen kann. Mehrere. Es gibt sehr viele Kombinationen, die du in mehreren Arten spielen kannst. Ne, aber zweite Kategorie, die ich habe im Kopf, ist die, die ich schon soweit fertig habe, wo ich weiß, so werde ich sie spielen. Größtenteils habe ich das Equipment schon da und sie sind also quasi ready und stehen in den Startlöchern. Das ist die zweite Kategorie. Und die dritte Kategorie ist das, wo ich sage, ich habe überhaupt keinen Plan, wie ich das angehen soll. Was auch ganz cool ist, weil da muss ich dann noch ein bisschen Hinschmerz reinstecken. Aber dazu kommen wir dann, wenn ich zu der jeweiligen Kombination komme. Oder wenn eben in der zweiten Kategorie nicht mehr allzu viel ist. Das Dumme ist aber, ich muss gar nicht mal groß was machen, weil alleine durch den Input, den ich hier im Livestream kriege oder auch in den Kommentaren auf YouTube, allein dadurch rutschen nach und nach immer mehr Kombinationen, immer mehr Klassenkombinationen, automatisch von der dritten Kategorie, wo ich überhaupt keinen Plan habe, in die zweite Kategorie, wo ich weiß, so werde ich sie spielen. Das heißt, da stapelt sich gerade eine komplette Queue von, also eine komplette Warteschlange von Charakteren, die gespielt werden wollen, die ich quasi schon ready habe und die ich eigentlich nur noch starten muss. Na gut, eventuell. Ich finde das toll. Ja, an und für sich schon. Finde ich auch ganz cool. Aber es ist gleichzeitig ein bisschen erschreckend. By the way, zum Thema, die gleiche Kombination auf mehreren Wegen spielen kann. Ich habe, by the way, den nachsinnenden Contemplator. Den habe ich hier in der Challenge als Fernekämpfer gespielt, auf Psy-Strahl-Basis. Ich habe den Privat, einen Contemplator, einen Nachsinnenden, der ein Nachkämpfer ist. Der spielt Speer Schild. Den Haru-Specs kann man auf drei verschiedene Arten und Weisen spielen. Bogen, Speer, Magier. Geht alles. Mit dem Haru. Die Frage ist, wie besonders viel sich am Ende auch das Spielen an. Das ist eben die Sache. Deswegen will ich auch schauen, dass ich nicht eine Klasse zu dominant werden lasse. Ich will zum Beispiel schauen, dass nicht jeder Charakter, der Natur drin hat, aufs Wolfsrudel geht. Weil, das kann man zwar machen, aber sind wir mal ehrlich, nach dem spätestens fünften Mal Wolfsrudel spielen, Petmaster, Wolfs-Petmaster spielen, wird es mir auch zu präge. Was ganz witzig ist, weil mir eben vor nicht allzu langer Zeit, vor zwei, drei Wochen, erst jemand eine Spielweise gezeigt hat, oder besser gesagt, eine Spielweise beschrieben hat, für den Illusionisten, also Gaunerei Natur, der ohne Pets spielt. Ein Petless Illusionist. Und das Dumme ist, von dem, wie es klingt, müsste es doch auch sogar funktionieren. Ich habe gemerkt, dass man diese Spielweise wahrscheinlich auch mit dem Traumdieb spielen kann, also Gaunerei Traum. Das sollte möglich sein, die damit auch zu spielen. Und ich werde sie wahrscheinlich auch mit dem Traumdieb spielen. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und ja, die Frage ist, wie unterschiedlich sich das anfühlt. Klar, fünfte Nahkämpfer hintereinander ist auch scheiße. Dementsprechend habe ich auch gesagt, dass ich nur jede Klassenkombination einmal spielen kann, äh, jede Klassenkombination einmal spielen werde, weil ich dadurch eben noch die Möglichkeit habe, dafür zu sorgen, dass ich eben nicht jeden Naturcharakter einmal oder jede Naturkombination einmal mit Wölfen spiele. Weil ich halt weiß, dass die Wölfe dominant genug sind, dass sie sich durchcarryen. Und wenn das bekannt ist, dass man mit den Wölfen einmal durchcarryen kann, dann kann ich das einmal spielen auf Wolfs Carry und dann war es das. Weil bei den Wölfenisten waren sie mehr oder weniger Sidecarry. Dann kann ich die jetzt noch einmal als Hauptcarry spielen, vielleicht zweimal. Aber die anderen Naturkombinationen muss ich mir was anderes überlegen. Und das ist auch gut so. Weil es gibt viele verschiedene Spielweisen, die man prinzipiell machen kann. Ich meine schon alleine in Immortal Throne gab es ja für eine Menge Klassenkombinationen einfach mehrere Guides. Es gibt hier immer noch die legendäre Vorfans-Size-Guide-Übersicht für Titan Quest, wo auf Immortal Throne ständen, ich glaube sogar mindestens zwei für jede einzelne Immortal Throne-Charakterklasse gibt. Also reden wir von 34 Kombinationen, weil halt Nadan und Rune nicht dabei sind. Aber für jeden mindestens zwei. Und ich habe wirklich Bock drauf, auch ein paar von den alten interessanten Dingern zu spielen. Die Frostbogenschützer muss glaube ich trotzdem kommen. Der alte Guide für den Frostbogenschützen, der muss glaube ich gespielt werden. Jagdsturm dass man den tatsächlich spielt als Bogenschütze mit Frostdamage als eine der Hauptschadensquellen. dass man eben als Schadensquelle macht eine Kombination aus physisch Durchschlag und Frost. Was an und für sich ganz cool ist. Und ja, man kann natürlich fragen, wie unterschiedlich ist das dann zum klassischen Bogenschützen. Aber es ist schon ein Unterschied. die Kindheit von deinem Herzen. Wir kamen nur zu diesen kursischen Ruinen, weil Carme sagte uns, dass es eine kruzliche Information war, die sie um Kingdoros gebraucht hat. Never again. Okay, ich sollte relativ bald Level 70 werden. Spätestens nach den Grauen Schwestern, da ich mir die ganzen Quests abgebe. Das ist ganz nice. Kannst du definitiv. Kriegskunst Verteidigung kannst du mittlerweile sogar sehr gut auf der Überwaffung spielen. Und ja, das macht weniger Sinn. Du kannst dann auch als Dual-Wield Nahkämpfer spielen sogar. Tatsächlich gab es für den Eroberer auch eine Bogen-Variante, die es früher als Guide gab. Der war nicht sonderlich stark, aber mit Dual-Wurfwaffen sollte der auf jeden Fall einiges stärker sein als mit dem Bogen damals. Dürfte zwar immer noch nicht in Anführungsstrichen Meter sein, aber Prädikat ordentlich kann man sicher mal drauf verteilen. Bin ich jetzt gerade doof? Wait a second. Ich glaube, ich bin gerade richtig doof. natürlich bin ich doof. Dual-Wield Nahkämpfer mit Knüppeln hat gute Skills. Dual-Wield Nahkämpfer mit Knüppeln hat er das Problem, dass er wahrscheinlich nicht mal genug Skill-Punkte dafür hat auf Dauer. Das war ja auch der Grund, warum ich am Ende mit Schild gespielt habe. Weil er zwei-Waffen-Kampf extrem viele Skill-Punkte zieht. Das war ja . Das war ja . Das war ja . auch wieder war ja es gibt mittlerweile seite die level cap auf 85 erhöht haben und eben auch noch ein paar zusätzliche skillpunkt quests eingebaut haben gibt es nicht mehr viele kombinationen die dich wirklich vom den nützlichen skills her ans cap bringen aber es gibt so ein paar kombinationen die in der hinsicht echt dumm sind weil du eigentlich immer neue skills hast die immer wieder was neues bringen können diese geistziffern finde ich so nervig bin jedes mal froh wenn ich an denen vorbei bin ich bin bei der wei mal gespannt wie viel damage am ende machen mit mit urchaos plus 100 prozent total damage jetzt kann ich mir auch sehr gut vorstellen wo das hier her kam nee der ist hochgegeben ich hatte keine urchaos verwendet zwischenzeitlich ich habe mich vor ein zwei folgen darüber gewundert woher bitte die damals um die 17.000 total damage kamen oder greatest damage stellt jetzt steht da 18.000 und ich habe ziemlich sicher keine urchaos eingeworfen zwischendurch und ich frage mich noch warum mir so viel schaden fress hier alter ja also man kann auch mal freiwillig mit 60 prozent lebenskraft resi weniger spielen kann man machen ist jetzt aber nicht so mein king du will guck hier 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 jawohl ok graue schwestern mache ich noch da bin ich ja wieder sehr froh dass ich mein beute studium habe danach haben wir ziemlich sicher unser level ab würde ich sagen also vielleicht nicht unbedingt direkt vor den grauen schwestern aber spätestens wenn wir die quest danach abgeben da sind ja drei quest zum abgeben richtig oh nein ich mache gar keinen schaden beute studium an tscherzikowski genau deswegen ist beute studium sehr stark auf legendär weil es doch einige gegner gibt die gute resistenzen haben silber herz braucht man nicht bast siegel brauchen wir auch nicht christ der jungfrau brauchen wir auch nicht so long not since perseus has a hero rested the eye away from the weird sisters but you have many deeds left transmitation brauche ich glaube ich nicht werde ich eigentlich nicht abbrechen sollen ich bin auch immer nach rottos nämlich einmal auf das quest abgeben ja hallöchen genau dich ansprechen oh mein gott da hat mir keine schriftrollen des irrsons gegeben der quest oh nein oh nein das sind keine legendären schriftrollen des irrsons nur göttlichen schriftrollen des irrsons das wird mehr als nur witzig das wird extrem witzig am ende des spiels das problem mit schriftrollen des irrsons ist einfach dass ich damit extrem viel movement speed kriege und da wird nicht geklappt ich sag's euch wie es ist am ende des games bin ich mit knapp 500 prozent movement speed unterwegs die kam quickly und in force so quickly we were caught unawares we tried to get as many of the civilians out as we could but there was precious little time i waited until david send geogenes with some men back in to find any stragglers they could use a strong back and an able fighting arm they say the gods have gone but i would not lose faith i asked them for help and here you are monsters have been with us for ages but these they are different they are an army the likes of which no man has ever seen our guards didn't stand a chance and the city is lost they are led by a fierce captain who calls herself pro seya if she fell our remaining defenders might rally yep have you seen admitus in the time since i sent him there are people dying here and i can do nothing we need supplies we need food and medicine he was so eager to help but i could have made the trip three times myself by this time zeus protect him but must i send someone else after him to do the job he was supposed to do the stores i hadn't passed away gone your take advantage is an honor oh da sind ein paar lamier unterwegs ich hätte mich vielleicht nicht da draußen stellen so um mich zu waffen ja die lamier machen schaden ich verstehe es liebes game das brauchst du mich noch mal zu sagen das hätte ich auch so schon verstanden jawohl 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 Auge des Ra, sehr nette Formel. Okay, ich muss die Skelette hier hinter mir lassen und dann ab nach Parzaron rein, ab dann wird es auch wieder ein bisschen leichter. Dein Parzaron hast du keine Lamia mehr, hast keine Skelette. Und das war die anderen Arten von Dämonen, wo mir gerade die Namen nicht einfallen, aber sobald ich sie sehe, weiß ich es. So, 81 Tore bis jetzt. Geht sogar noch. Ja, ich wollte ihn nicht nochmal anreden, sondern ich wollte außen rumlaufen. Kehre es natürlich. Geht auch noch. Fertig. Kein traumatic. Oh, sorry. Alles klar. Gut, dann lassen wir den da raus. Und da oben haben wir noch eine Truppe. Alles klar. Dann kann ich hier raus. Bin früher als die Leute, die gerade am rauslaufen sind, hier unten. Vielen Dank, dass wir uns mit unserer Flucht helfen. Ich sehe die Gelegenheiten, um zu retten zu retten. Ich dachte, ich kann es alleine machen. Ich habe es fast geschafft. Hier, ich habe die Supply. Ich nehme sie. Die Fienden. Sie waren überall. Bitte, bringe sie zurück zum Camp. Sag ihnen, ich habe versucht. Sag ihnen, es ist nicht wichtig, solange meine Todes nicht in Wehen ist. Alles klar. Das erste Mal, dass die Person enthalten wird, dass Englisch sprechen wird. Ziemlich cool eigentlich. Ja, Hallöchen RaceDD. Einen schönen Sonntag. Willkommen im Stream. Ja, also rein prinzipiell mache ich hier gerade eine Challenge, wo ich relativ häufig Titan Quest durchspiele. Und ich habe mir gedacht, dass ich den ein oder anderen Durchgang auf Legendäa einfach mal in anderen Sprachen mache. Wohlgemerkt, aber nur in Sprachen, die ich auch selber verstehe. Weil, falls ich irgendwelche Auslösungsgegenstände finde, muss ich natürlich wissen, was es ist. Ähm, aber dementsprechend habe ich jetzt halt mal angefangen, ähm, hier einen Durchlauf auf Englisch zu spielen. Einen legendären Durchlauf. Und, ja, es ist manchmal sehr interessant, die englischen Sachen zu hören. Besonders, weil man ein paar Dialoge, wo man im Deutschen sich denkt, so, hm, so, all zu viel Sinn macht das jetzt gerade nicht, was die sagen. Und dann merkt man eben mal, dass es einfach nur schlechte Übersetzungen sind teilweise. Und man denkt sich teilweise, Junge, bin ich froh, dass ich deutsche Übersetzungen habe, weil manche von den englischen Sprechern klingen echt komisch. Das war auch Gewohnheit, denke ich. Wie gesagt, zum Thema Gewohnheit immer das beste Beispiel, äh, der Magi-Händler in, ähm, in Knossos. Wo mir nach mehreren Speedruns, dem seine Voiceline so hart auf den Senkel gegangen ist. Die Biester haben Klauen und Zähne. Dann habe ich mir gedacht, dann stelle ich es mal auf Englisch, dann muss ich das nicht mehr ertragen. Guess what, auf Englisch ist die Scheiße noch nerviger. Der Füße in der Yeti? Oh, ich sehe gerade, es ist mal wieder Zeit, eine YouTube-Folge zu wechseln. Für alle auf Twitch wie immer der Hinweis, äh, es wird gleich noch eine weitere Stunde Titan Quest gestreamt. Ich mache nur eben einen kleinen Wechsel für die Leute, die auf YouTube zuschauen, weil ich das immer noch lokal aufnehme und auf YouTube hochlade in einstündigen Abschnitten. Und da ich keinen Bock auf großartiges Cutting habe, mache ich die An- und Ab-Moderation on-Stream mit. Dementsprechend, hier der Hinweis, für die Leute auf Twitch geht es gleich noch weiter, für die Leute auf YouTube ist hier zu Ende. Äh, falls es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, ansonsten könnt ihr wie immer gerne den YouTube-Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine weiteren Folgen. Ansonsten sage ich, wie immer, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Titan Quest All Classes. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.